Das ist ein unerträglicher Arroganz, ist das doch von den Dortmundern. Der BVB an den Bayern dran. Die können sich schlagen. Meisterschaft offen. Das ist ein unerträglicher Arroganz, ist das doch von den Dortmundern. Ekelhaft, wie die sich aufplustern und sympathisch. Einfach zum Kotzen. Die können ja vor dicken Eiern kaum laufen, diese schwarz-gelben Sprüche-Kloppos. Und für diese scheiß Überheblichkeit, da bin ja auch noch ich verantwortlich. Ich hab's dir ja vorgemacht. So, jetzt machen wir mal eine Übung. Der Kevin Großkreuz meint ja, dass der BVB mit uns auf Augenhöhe ist. Und deshalb runter auf den Boden. So, jetzt sind wir auf Augenhöhe, mein lieber Kevin. Und genau so spielt er auch am Samstag. Im Liegen? Ja, natürlich. Und vor dem Spiel, da schlaft ihr schön in Schalke-Bettwäsche und kloppt mir ja den Götze nicht um. Den brauchen wir noch. Nächste Saison. Ja, ja, ja.